Los, lasst uns etwas Spaß haben. Haha! Hehe! Zu mir, zu mir! Fang den Ball, Peppa! Wer will den Ball? Achtung, er kommt! Oh oh, das war nix. Ich hole den Ball schnell. Da ist er ja. Ich stecke fest. Hilfe! 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 Ich frage mich, wo Peppa so lange bleibt. Ich bin mir sicher, sie ist gleich da. Hab etwas Geduld. Hopp, 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 hopp. Hilfe! Oh, Hilfe! 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 having fun! Hilfe! 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 Ich stecke fest, Opa Wutz Aber es ist doch verboten, hier über die Gleise zu gehen Ich weiß, Opa Kannst du mir helfen? Bitte Ja, natürlich helfe ich dir So Halte dich aber in Zukunft von den Gleisen fern Vielen Dank, Opa Ich muss los Da bin ich wieder Los, spielen wir weiter Na endlich Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020